Heute mal Screensplirr, splirr, splirr, im Zusammenarbeit mit Demogod, das kann ich wenigstens aussprechen. Das ist ein kleines iPhone Programm, das man startet auf gejailbreakten Geräten, was es ermöglicht mit diesem Mac-Programm Demogod den Bildschirm des iPhones per WLAN an den entsprechenden Macintosh zu schicken. Sehr, sehr feine Geschichte, wir hatten Ende Januar bereits eine V&C-Lösung vorgestellt, die war gut, aber ein bisschen fricklich. Das hier ist wirklich, wenn euer Gerät schon ein Jailbreak hat, super easy zu installieren. Also einfach die Applikation starten, da ist so ein kleiner Batch dran, der zeigt dann, dass der V&C-Server dann im Hintergrund läuft und auf dem Mac Demogod starten, das ist einfach nur ein Viewer, der das Bild mit einer ganz, ganz kleinen zeitlichen Verzögerung anzeigt. Die kommt natürlich durch das WLAN oder das WiFi, wie auch immer man es nennen mag, zustande. Ihr seht, ist aber minimal. Für Webseiten, für ganz normale statische Applikationen kein Problem. Das Bild so sehr, ja, sehr nett und sehr erfolgreich über das WLAN zu schicken und dann am Bildschirm abzufilmen, Screenshots zu machen, je nachdem, wie der euer Anwendungsfall ist. Sowohl iPhone-Client als auch Desktop-Variante sind natürlich kostenlos, lassen sich einfach über Studio installieren. Es wird der Breitbildmodus unterstützt. Sehr, sehr nett, wenn man das iPhone dreht, dreht sich auch das Bildschirm am Mac. Der Applikation muss man im derzeitigen Stadium noch so einen kleinen Kick mitgeben, damit sich das, ähm, damit sich auch irgendwie die Fensterposition dreht. Wenn man ein bewegtes Bild am iPhone darstellt, ähm, läuft das natürlich flüssig am iPhone auf der Desktop-Variante mit ein bisschen Leck und Verzögerung, ein bisschen zuckelnd, aber noch sehr erträglich, muss ich sagen. Also das ist jetzt nichts, wo man irgendwie tolle Präsentation, ähm, per Video halten kann oder was man irgendwie, äh, schick abfilmen kann, aber irgendwie, um was auf dem Bildschirm darzustellen, ist das doch schon alles sehr gelungen.